Es gibt viele Menschen mit verrückten und tollen Ideen. Leider ist die Finanzierung oft nicht leicht. Meist fehlt das eigene Geld oder die Bank erkennt nicht das Potenzial. Auf der anderen Seite gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sein Geld in nicht unbedingt sinnvolle Produkte zu investieren. Die Vision Bakery möchte hier neue Möglichkeiten eröffnen. Jeder kann seine Idee auf unserer Online-Plattform präsentieren. Wenn sich in einer bestimmten Zeit genügend Unterstützer für diese gefunden haben, wird die Idee umgesetzt. Am Ende haben alle etwas davon. Der Ideengeber die Verwirklichung seines Projektes und die Unterstützer eine besondere Gegenleistung. Wenn du mehr über dieses Prinzip erfahren willst, besuch uns auf visionbakery.de